Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un hat seine Landsleute aufgerufen, etwas gegen die sinkenden Geburtenraten im Land zu unternehmen. Das sei jedermanns Hausarbeit, sagte Kim nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA am Montag. Auf einer Veranstaltung für Mütter in der Hauptstadt Pyongyang am Sonntag rief Kim die Nation auf, mit den Müttern zusammenzuarbeiten, um einen Rückgang der Geburtenrate zu verhindern und sich auf eine gute Kinderbetreuung zu konzentrieren. Ein von den stattlichen nordkoreanischen Medien veröffentlichtes Video zeigte einen Saal voller Frauen in traditionellen Kleidern, die Kim bei dem Treffen begeistert zujubelten. Die Vereinten Nationen schätzen, dass in Nordkorea derzeit etwa 1,8 Kinder pro Frau geboren werden. Damit liegt die Geburtenrate in dem Land über der einiger Nachbarländer.